Wo ist mein Hund Riley? Ich muss meinen Hund Riley finden! Riley ist nicht in dem Wohnzimmer! Nein, du kannst ja nicht finden, wenn mein Haus so schlaffig ist! Tut mir leid, ich habe kein Zeit zu aufräumen. Vielleicht kannst du mir helfen? Ich dachte, wir finden Riley, natürlich. Ja, ich kann dir helfen. Sein Hundy Klingeltone ist Disco-Pobo? Ja! Hallo, hier Ali, wer ist das? Das ist nicht witzig. Wenn du möchtest deinen Hund wiedersehen, liegt 50$ auf dem Tisch unter dem Baum in dem Park um 17 Uhr heute oder? Wie, wie heißen Sie? Was hat sie gesagt? Wie spät ist es? Und wo ist der Tiergarten? Es ist 15 Uhr, warum? Es ist fast 17 Uhr, wir müssen jetzt gehen, los geht's! Einen Moment, wir können unser Weg nicht finden, aber wir können auf dem Computer suchen. Okay. Tut mir leid, ich habe keine Zeit zu sprechen. Warum? Ich muss ein Tiergarten zu finden. Oh, ich kann dir helfen, was du an? Von Kreuzberg! Oh, das ist sehr, nein! Was du auf dem Bus oder gehst du zu Fuß? Auf dem Bus! Der Bus geht gerade mal kurz für den Tiergarten, nicht der Autobahn. Aber wenn du gehst zum Fuß, es ist sehr gut! Geht nach Limmhaus, Donnerstrahla, dann geht gerade mit Blitzstrahla, wenn du sagst für den Zoo, geht nach Recht und du bist zum Tiergarten! Danke, 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 danke! Auf Wiedersehen! Zu dem Busbahnhof! Ach nein, ich habe meinen Garten vergessen! Jesse, kannst du uns für mich bezahlen? Nein, es ist schon viel Zeit, ich bin für Leute! Ich kann Lütze! Ach nein, du bereit, ich kann nicht! Ich habe bezogen, meine Kante ist das Wokka! Wie gehen wir in Tiergarten jetzt? Lachen wir! Warum gehen wir in Tiergarten? Ist das für mich? Nein! Warum ist das für die Natur? Warum müssen wir in Tiergarten? Warum haben wir gestohlen? Warum haben wir gestohlen? Ich weiß nicht! Jeff, wir haben ein kleines Problem. Was? Die Bild von Tiergarten. Das war nicht Tiergarten. Was? Ich denke, wir sollen zu Tiergarten gehen. Wenn wir jetzt in den Rücken sind, du bist gefolgt. Es gibt keinen Tisch unter einem Baum. Was? Die hat die Kunstlinggalle an den Tisch unter dem Baum in den Park gesagt. Hast du vergessen? Das ist ein Baumgartner. Wir sind in den Ferrati-Kampson. Das ist das eine Öff? Ja? Nein. Oh, mein Gott! Bis zum nächsten Mal.